Hallo zusammen und heute drehen wir mal ein FMA von mir. Ich werde heute in Orlando reiten und ihr habt euch ja auch gewünscht einfach mal so ein paar Sachen unterm Sattel, die wir vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Da werde ich euch vielleicht auch mal was versuchen. Sprich Seitengänge oder Vorhandwendung zum Beispiel. Lasst euch überraschen. Leider ist es schon echt kalt. Wir sehen aus wie Eskimos, aber egal. Ich hoffe euch gefällt das Video und ich hoffe, dass es auch heute gut klappt und er gut läuft und ich auch gut drauf sitze. Wundert euch nicht, ich habe wenig schlafe gehabt. Deswegen sorry für mein Aussehen. Aber ja, viel Spaß beim Video. Ich bin garfur? Ich bin gespannt. Ich bin ganz für Abjektiv beißen. Dann guckt ihr das an. Hört mal, abjektiv abzuschlecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich fülle jetzt hier diese Wärmefläche auf, weil der Orlando, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hatte ja ein bisschen Muskelprobleme, ein bisschen verspannt und so. Und die hat uns halt gesagt, wir sollen vor dem Reiten ihn ein bisschen Wärme behandeln. Und dann ist mir halt diese Flasche in den Sinn gekommen. Und die lege ich halt praktisch so hier in den Bereich dann rein bei ihm. Wirklich so 20 Minuten vor dem Putzen oder beim Putzen. Und es wärmt dann halt ihn einfach. Und ich denke, das tut ihm auch gut. Ja, und die füllen wir jetzt mit Wasser. Also wir haben die jetzt aufgefüllt. Ich hab so ein bisschen heißes Wasser rein. Ziemlich heiß. Aber ich hoffe, das macht nichts süß. Und ja, die legen wir jetzt auf. Wirklich so hoch? Nee. Nur Rückenverspannung. Nur Rücken? Ja. Nur das Beste fürs Pferd. Hilfst du dich auch? Ja. Also er findet's gut. Okay. Understandability is. Mutala. Die großen Oh, beautiful song, yeah, yeah, yeah Oh, beautiful song I love you, but now there's a new song, yeah Hello There's a light Certain kind of light That never shunned on me Wanted my whole life to be We lived with you, lived with you There's a way Everybody say To do each and every little thing Baby, what good does it do If I ain't got you If I ain't got you I'm gonna say that there's a punker there So look at that That's right You can't stand up I can't stand up Yeah I can't stand up We've got a little music Yeah I'm really happy You can't do it I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody, to love somebody The way I love you Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like There are lots, no limit Also wir sind jetzt fertig mit der Trastomerstunde Anfangs war er halt wieder recht bürrisch, sag ich immer. Er hat sich nicht so gut stellen lassen Und wir sind auch gerade dabei zu üben, dass er halt in Anlehnung geht Und indem ich meine Hand halt höher nehme Weil wir haben ja ganz am Anfang haben wir es ja so gemacht, dass wir die Hand sehr tief und breit hatten Aber das ist halt keine Dauerlösung Deswegen habe ich jetzt angefangen, dass ich die Hand einfach höher nehme Und ihn dann so versuche runter zu reiten, indem ich ihn ein bisschen nach innen stelle Und es klappt auch schon ganz gut Klar, am Anfang dauert es halt, bis sie halt weich werden und so Und ja, ähm, ich werde es noch machen Und gegen Ende war es auch schon besser Aber dann ist es halt so, dass seine Kraft halt nachlässt Aber ich denke, das wird mit der Zeit auf jeden Fall Ja 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 Also der Valendo kriegt jetzt noch sein Futter, da habe ich einmal so tolle Pallets, die riechen auch voll geil. Und zwar sind die enthaltenen Selene und Vitamin E, sprich die sind halt auch für Muskeln, das Aufbauen, für verspannte Muskeln oder was halt. Echt gutes Futter. Dann kriegt ihr eben noch so ein bisschen zum Muskelaufbau noch hier das Reiskörböl, das hatten wir ja schon mal angewendet, hat auch echt gut aufgebaut. Ja, und dann noch ein paar Karottis dazu und die Decke. Tschau. So, das war's jetzt, ich bin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio, Bonny hat ganz gut mitgearbeitet heute, ich bin ganz zufrieden und nun möchte ich aber noch was für mich tun und ja, wird jetzt wahrscheinlich auch noch an die 2 Stunden trainieren gehen und ich bin dann auch ganz froh, wenn ich dann zu Hause bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, bis dann!